Guten Tag liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Trouble in Terrorist Town. Wir haben eine neue Karte und wir sind irgendwie in einem Militärcamp. Das ist ja der Wahnsinn! Hammer! Hammer! Ist das nur das Militärcamp hier? Mehr nicht? Hallo? Ich hab die schon ganz schön gemacht, aber... Was denn? Wir sind heute live aus der ISIS-Zentrale! Sag mal! Sag mal, bist du bescheuert oder wat? Sag mal, hast du dein Draht ab oder wat? Ja, wat ist denn los, Curry? Wart ist am Hebenen! Wart ist denn hier am Hebenen? Aber die ist sehr klein, ne? Vielleicht geht's ja hier irgendwo weiter, aber die haben wir noch nicht gefunden. Ja, ne? Alter! Was war das? Das war ich. Das war Pan. Oh, okay. Die schießt einfach auf alles, was sie nicht kennt. Die ist wieder verpannt. Ja, ja, oh Gott. Pan, warum schießt einfach alles? Nein, das war ich nicht! Mann! Natürlich, guck mal da hinten! Da hinten! Was denn? Was denn? Was denn? Alter! Was war's denn? Alter, Pan! Was? Was ist hier los, Leute? Was macht ihr denn rum? Nee! Ich traue mich nicht um hinzugehen! Vorsicht, ich brauche so ein Ding! Oh, die Elektrozaunen, Elektrozaunen! Hey, Tobi ist fast tot! Zur Sicherheit, mal warte! Tobi, was ist mit dir los? Alter, ich hab noch 10 HP! Nee! Ich versteh mich für... Aber ich bin noch hier hinten mit... Das kann doch gar nicht sein, dass bei dir was passiert ist. Mann, was hast du gemacht? Was ist gerade was explodiert? Im Gezelt! Ich weiß nicht! Hier wird's mal ein Schildkott um G. Ey, sie ist halt immer hier Stromschläge, oder was? Ich... 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 Ja, ne? Vom Sound her, ich bin mir nicht sicher. Warum brennt das da hinten? Ist das die ganze... Das ist echt... Das ist echt die ganze Karte? Ich bin innocent. Ich bin mir nicht sicher. Oh, klein. Dann müssen wir noch ein paar Psycho-Spielchen machen. Ja, mit... Gibt's denn... Die ist echt ein bisschen klein, ne? Mit Z... Psycho. Ja, cool. Psycho-Spiel. Psycho. Mit T... T... Boah, was? Alter! Was war das denn? Was ist von dir hier alles? Was war das denn? Alter! Dobi? Das war ich wirklich. Okay. Hä? Aber was ist das für eine Luft gesprengt? Ach, guck mal da vorne. Noch mehr rote Fässer. Kein Scherz. Was ist da gerade fettes explodiert in der Mitte? Was ist das denn hier? Keine Ahnung, Pan hat irgendwas weggeschossen. Nein, zwei. Ja, nein. Was hast du gesagt? Ja, was Kleines. Pan, bitte hör auf auf rote Sachen. Ey, hier liegt ein Baby. Hier liegt ein Baby. Was? Ja, vor allem wie das so angeleuchtet wird, ne? Wie... Ähm... Warum liegt das... Vor allem, warum liegt das da so im Licht? Ey! Was denn? Einer ist tot. Einer ist tot. Wer? Da hat schon wieder jemand aufs Fass geschossen. Tobi? Tobi ist tot. Okay. Thomas ist Traitor. Ja, ich bin mega Traitor. Ich hab noch nicht mal einen Schuss abgegeben gerade. Tobi ist von... Von der Explosion... Von der Explosion getötet worden. Oh, sie Pan schießt die ganze Art Explosionen. Hat der gerade selbst auf das Fass... Oh. Hä? Warum ist der weggeflogen? Das wäre lustig. Nein, Tobi... Ja, das wäre lustig. Pan, ne? Weiß ich gerade wirklich nicht. Ne, warte mal. Stopp, 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 stopp. Pan, das ist nicht... Oh, okay. Pan! Ja. Eh, wo kommst du denn jetzt her? Ja, warte jetzt! Pan oder Erich? Ich hab den hier hinter geschleppt. Wo ist denn Tobi? Ich hab den hier hinter geschleppt. Okay. Hier. Alter! Am Tobi! Warum machst du? Aber warte mal. Wo kamst du jetzt gerade her, Erich? Ich kam von hier drüben. Von hier. Ich bin gerade hier hinten unter dem Ding ins Rum gekommen. Ja, aber... Aber ich war vorhin nicht mal hier. Aber vorhin warst du hier, oder was? Ich war nicht mal in der Nähe. Warte, warte, warte. Ich zeig dir, wo ich war. Warte, die Pan zielt die ganze Zeit. Vorsicht. Ja, vorhin warst du mit mir nämlich hier auf dieser Seite, ne? Ich war hier vorne. Genau, hier vorne war ich. Und hier war ich nämlich auch. Unmöglich da hinten hin. Unmöglich da hinten hin. Und dann hab ich da hinten hingeguckt und dann hab ich ne Explosion gesehen. Und dann lag da Tobi tot. Aber Pan war nicht da. Genau. Das heißt, da muss Pan ein Traitor sein. Tobi hat doch niemals selbst auf das Fass geschossen. Ich war's. Also ich war's wirklich nicht. Also wenn du mit mir da warst, dann kann unmöglich irgendjemand, weil hier ist das Ding, da kann unmöglich jemand aufs Fass gezielt haben. Pan, geh weg. Geh weg. Ich will auch wissen, was da passiert ist. Was? Ah ja. Also Curry kann's nicht sein. Aber ich war's nicht. Also entweder ist hier von alleine... Entweder hat er sich selber umgebracht oder Pan ist Traitor. Hä? Also ich bin die Einzige, die als ich hier auf er schießen kann. Nein, aber in dem Moment konnten wir nicht darauf schießen. In dem Moment, wo das passiert ist, hatten wir dieses Fass nicht im Blickfeld, Pan. Ja. Wisst ihr was? Ihr regelt das unter euch. Ey, warum? Oh, oh. Guter Move. Wir haben uns doch gerade gegenseitig schon ausgeschlossen. Hier. Da. Babygun. Und Babygun benutzt Pan auch immer. Nein, die benutze ich schon lange nicht mehr. Babygun benutzt nur Babys. Das ist mir gerade ein bisschen... Babygun benutzt nur Babys. Das ist mir ein bisschen zu heikel gerade. Ja, mit euch ist mir da auch echt zu heikel. Aber ich bin ganz ehrlich, ich trau der Pan grad keinen Meter. Ne, ich auch nicht. Tja, dann ist einer von euch... Einer von... Also ich trau dem Erik auch nicht ganz, aber dem Erik trau ich mehr als dir. Einer von euch... Ja. Ja, ich trau dir aber mehr als Pan gerade. Tja, dann viel Spaß, Curry. Viel Spaß. Weil du gerade die falsche Wahl getroffen hast. Oder... Ich hab doch nicht gesagt, dass du jetzt traitor bist. Ich trau dir auch mehr als Pan. Ja, einer von euch hat auf jeden Fall... Einer von euch ist gerade nicht ganz völlig falsch. Das kann ich euch aber mal sagen. Da ist schon wieder man explodiert. Das war ich nicht. Das ist... Das war der Traitor ohne Scheiß. Erik, ich bin hier hinten gerade. Ich bin hier. Ich springe hier gerade rum. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Ich werde dieser Traitor... Er explodiert das einfach wahllos, oder was? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht mal gesehen, wo es war. Das war da hinten bei euch in der Ecke. Einer von euch ist es. Ne, ich bin ganz... Also auf dieser Seite. Achso. Ja, ich war hier auf der Gegenseite und hier hinten ist was explodiert. Genau hier. Wer war da hinten? War da hinten jemand? Pan war hinten in der Ecke. Da, wo sie jetzt auch schon ist. Okay. Ich... Na, mach dir beide mal. Mhm. Ich kämpfe dann gegen wen ich bin. Eine Minute noch. Ich seh's gerade. Pan, du brauchst gar... Warum stehst du da so ruhig rum, Pan? Weil ich im Traitor-Menü bin. Ja, die ist ein bisschen glücklich, ne? Hey... Weil ich grad nicht weiß, wie du nicht mit der Situation umgehen sollst. Ja, ja, weil du nicht weißt, wie du uns umbringen sollst, ne? Ja doch, ich könnte dich jetzt umbringen. Ja komm, mach doch. Trau dich doch. Wiii! Du weißt, ich würdest tun, wenn ich Traitor wär. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Eine andere Chance hätte ich da jetzt in 42 Sekunden nicht. Also, was denn? Ich würde jetzt auf Risiko gehen und dich einfach töten. Ich geh weg. Ich geh weg. Ich bin ja hundertprozentig innocent. Ja, dann weißt du jetzt bescheid, wer Traitor ist. Geh weg. Geh weg! Ehring ist es! Mann! Hat ich doch gesagt! Alter Dreck! Alles los! Alles los! Explosionen! Yeah! Ja, Mann, Pan! Super! Schade, schade! Ey, das gibt's doch nicht! Ich sag's doch! Oh, schön! Oh, hat das Spaß gemacht gerade! Entschuldigung! Du hast jetzt gerade schon wieder... Ey, du bist so dreckiger, ey! Was denn? Was denn? Ich bin so unschuldig gewesen! Ich war genau immer da, wo die Explosion war, aber da konnte ich doch... Hä, hast du auf das Tobi-Fass geschossen? Ne, wie war das, Tobi? Wie bist du gestorben? Ich bin durch'n Fass gestorben, aber es... Ich wusste, es hätte Pan oder Erik sein können. Ich hab's aber nicht gesehen, wer es war. Die ganze Map ist voll mit Traitor-Fallen. Man kann jedes Fass zum Explodieren... Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich würde mich waschen gehen an deiner Stelle, echt! Boah! Jetzt wird mal nicht unrealistisch, bitte! Alter! War das Baby auch von dir? Ne, das Baby war nicht von dir. Okay Tobi, egal wer jetzt Innozent ist, jedes Fass zerstören, Leute! Hä? Aber hier ist ein Kuchen, schnell! Nicht das Fass, noch nicht! Noch nicht! Ne, ne! Sorry! Hier ist ein Kuchen! Okay, das Fass mach ich jetzt kaputt. Das Fass mach ich jetzt kaputt. Wer ist da vorne? Ich mach jedes Fass kaputt, Leute! Ich mach jedes Fass kaputt, Leute! Das Fass mach ich auch kaputt. Macht jedes Fass kaputt, egal was! Ich bin ein Traitor, aber ich mach trotzdem alle Fässer kaputt. Ja! Der ist halt wirklich Traitor, ne? Nein! Joby, du kannst ihn jemand anderes verarschen, ganz ehrlich! Es zieht schon lange nicht mehr Curry! Leute, hier ist ein Kuchen! Und das Fass! Ich schwör hier ist... Pan, mach mal lieber die Fässer kaputt, bitte! Nein! Ich will erst, dass hier jemand guckt! Du machst jetzt die Fässer kaputt! Pan ist Traitor! Da ist ein Kuchen! Pan, mach die Fässer kaputt oder ich erschieß dich! Da, guck mal! Ja, geh mal geradeaus weiter! Geh geradeaus weiter und guck nach rechts! Rechts! Nein! Curry! Ja! Ja! Hey, warte mal! Der Kuchen stand da vorhin aber noch nicht! Hä? Nein! Ich hab da kein Kuchen hingegengesetzt! Der Kuchen stand da vorhin noch nicht, Pan! Das ist schon wieder was, was explodieren kann! Weg davon! Warte, du willst mich verarschen! Echt ohne Scheiße! Wo ist denn hier ein Kuchen? Da hinten in der Ecke! Der stand da vorhin noch nicht! Und da ist vorhin als erstes was explodiert, Leute! Meinst du echt? Ich sag vorher noch Bescheid? Nein! Ich hab doch nicht gesagt, dass du es bist jetzt! Ich hab nur gesagt, dass der Kuchen vorhin noch nicht da war! Der Kuchen muss vorher da gewesen sein! Das ist doch irgendwo ein Fass! Der war da hundertprozentig vorher nicht! Ey, ich brauch ne andere Waffe, verdammt nochmal! Ist hier noch irgendwo ein Fass! Also ich seh keins! Ich glaub nicht mehr, ne! Ja, okay! Nee! Aber wer sagt denn, dass dann die Trailerfallen entschärft sind? Weil eigentlich müssten die Trailerfallen doch dann trotzdem noch funktionieren, oder nicht? Nee, wenn die Fässer kaputt sind, kannst du die nicht mehr aktivieren! Die sind echt an den Fässern gebunden! Aber da einen Fass hab ich noch! Ey! Können wir nicht auf mich schießen? Nein! Ich brauch nen Shotgun! Verdammt nochmal! Ich bin nicht auf mich schießen! Fettenwitze und so, weißt du? Können wir doch mal etablieren, oder nicht? Pan ist die Einzige, die sagt, nee, wir brauchen die Fässer nicht kaputt machen! Hä? Ich wollt, dass ihr euch die Torte anguckt, verdammt nochmal! Ja, und dann sagst du, du brauchst ne Waffe! Was? Natürlich Pan! Ey, das ist ein scheiß Kuchen, ne? Was ist denn die Scheiße denn? Jetzt passt das schon wieder irgendwo bei mir! Was war das denn? Da ist ne Shotgun! Ist ja grad runtergefallen! Wo ist denn dieser Kuchen? Tobi ist fast tot! Ich weiß aber nicht warum, weil ich bin eigentlich einfach nur über so ne Barrikade hier gesprungen! Der Kuchen ist hier in der Ecke, Tobi! Da links! Tobi, komm zurück! Hier! Da vorne links! Ich geh da nicht hin! Ja, ich auch nicht, aber der stand da nämlich vorhin noch nicht, ne? Okay, geh, geh mal weg! Geh mal weg! Geh mal weg! Der stand da schon! Ja, schieß drauf! Ich schieß es auf den Kuchen! Ja, schieß! Hey, jetzt ist die Kerze kaputt! Hä? Und dazu Bier! Das muss ne Traitorfalle sein, sonst wird er da nicht stehen, der stand da vorhin nicht! Wenn der Erik innocent ist! Ja! Ich kann den nicht nehmen! Irgendwas hat das vorhin ja ausgelöst! Ist das ne Traitorfalle oder nicht? Äh, der Kuchen hab ich nicht gesehen! Der Kuchen war gerade noch nicht da! Ohne Scheiße! Also auf der vorherigen Web glaube ich... Also der ist hinten in der Ecke! Hast du mal, in irgendeiner Ecke ist da irgendwo ne Traitorfalle gewesen? Hast du da mal dich umgeschaut? Äh, in der einen Ecke war nur bei Tobi das fast, in der anderen war er... Okay! Aber noch was? Scheiße man! Erik hat jetzt aufklären können! Wenn er jetzt wirklich Illusent ist, jetzt kann er auch sein, dass er es extra macht! Somi, bitte nicht auf mich zielen! Ja? Was machen die da vorne? Ja, keine Ahnung! Ich frag mich, was für ne Kacke das ist mit dem Kuchen! Erik! Ey, die Kerze leuchtet wieder! Ich hab alle Fälle fester kaputt gemacht! Ja! Ich suche immer noch! Bitte nicht mit der Scheibe mich jetzt erschießen! Das wäre sehr unfreundlich! Nö, 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 nö! Ich beobachte nur! Man kann das aber... Äh, der Kuchen ist! Ich hab die Kuchen kaputt gemacht! Hm! Nö! Okay, Pan ist es! Was sag ich? Ah! Nein! Warte! Ich hab keine Waffe ausge... Mann, Pan ey! Ja, aber... Ich hab keine Ahnung was das mit dem Kuchen ist ohne Scheiß! Das hat nix hier mit ner Traitorfall... Also... Ich hab nix ausgelöst! Ach ja... Aber du hast die Fässer nicht kaputt gemacht, Pan! Hast du mich grade nur getötet, weil ich den... Weil ich den Kuchen kaputt gemacht habe? Nein, weil ich grad die Fässer nicht kaputt gemacht hatte! Du hast die Fässer nicht kaputt gemacht! Ich hatte gar nicht schockiert! Ich glaube, ich glaube... Pan hat die Fässer nicht kaputt gemacht! Ah... Wir haben noch so zwei... Zwei so kleine Tortenstücke... Ich glaube, ein... Ein Fässer Pan ist gesprengt, ne? Kann das sein? Ich weiß... Einen auch! Ja, weil... Der Unterschied ist, wenn der Traitor die sprengt, kommen da ganz viele Flammen raus, glaube ich. Und wenn man die einfach nur kaputt macht... Ah! Dann sind wir aber noch weg! Ja, dann ist das einfach eine Explosion, ne? Genau! Das ist ja... Interesting! Das ist ja cool, Alter! Aber Pan, 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 du! Hä? Hä? Hä, was war das denn? Ey, noch nicht drauf schießen! Jetzt können wir drauf schießen! Zack! So... Warte mal hier! Zack! Wer ist ein Traitor? Und passt bitte auf, falls ihr die Fässer zerstört, weil nicht, dass da jemand in der Nähe ist, ne? Aber schön die Fässer... Ui! Ui! Allah! Hui! Schön die Fässer kaputt machen, Freunde! Hä? Hier ist jemand tot! Was? Erik ist tot! Hä? Ja, ich glaube der hat noch... You can't find the cause of the terrible death! Warum kann man davon nichts finden? Warte mal! Wie... Warum ist der gestorben? Der war da wahrscheinlich auf ein Fass geschossen, denke ich mal, oder? Ne, aber dann steht er normalerweise, dass du von der Explosion getötet wurdest. Ist das ne echte Leiche? Was? Ich weiß es nicht. Das ist halt meine Frage gerade. Ich werde... Vielleicht ist es auch keine echte Leiche. Also das Ding ist... Das Ding ist auf der... Auf dieser Karte ne Fake Leiche zu platzieren, ist natürlich sehr gewagt, ne? Naja, ich hab's grad... Ich wollte es grad machen. Und da kam grad jemand um die Ecke dann, als ich das Ding in der Hand hatte. Ist sehr, sehr gewagt. Aber hier ist wieder ein Blutfleck. Noch ein Blutfleck. Ich versteh's nicht. Ist das ein Parn? Dann ist aber... Da ist er wahrscheinlich geflogen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Also der Erik ist... Ne, der fliegt... Das kann ja gar nicht sein. So. Hä? Hup. Du, ich spreng ein Fass. Freundchen. Okay, Panik, hätte ich grad nen Headshot geben können. Einfach so. Weil Tobi hat mich nicht gesehen. Wir waren ganz alleine. Natürlich. Ja, aber guck mal, der lebt doch noch. Hallo. Ich war auch die Fässer kaputt oder so. Hallo, ich bin der Erik. Ich lebe doch noch. Was? Alles in Ordnung hier. Okay. Ich muss doch Minecraft aufnehmen. Ich muss doch Minecraft aufnehmen. Ich geh mich aufnehmen. Geh mich aufnehmen. Grüß dich, Kari. Alter, ich dachte grad, du hättest ihn wiederbelebt, Pan. Ich hab grad nur den Oberkörper gesehen. Ich dachte, der hat ihn dahin gehängt. Pan? Ach, das ist wie bei Walking Dead. Hey Pan, warum kannst du den da hinhängen? Hä, weil jeder von uns denkt, wie oft ich kann den noch fahren. Das konnte ich, ich konnte das nie, ich kann das nie. Ich konnte das vorher auf der anderen Map aber auch nicht. Tobi kann das auch nicht. Ja, aber hier kann man das anscheinend. Alles klar. Holy shit. Ach Tobi, ey, ich hab doch keine Chance, man. Ich bin's nicht verrückt. Ja, leck mich. Ah, warte, ich kann nicht lenken, Tobi, warte, stopp. Ey. Tobi, hör auf, geh jetzt weg mit deiner Säge, alter. Nee. Sei das Blatt in meiner Säge. Curry. Sei das Blatt in meiner Säge. Curry. Wo bist du, Alter? Mann, ey. Junge, du bist doch scheiße, alter. Ich wusste, dass es der Tobi war. Verdammte Angst. Hat der, hat der dich umgebracht oder bist du durch ne... Nein, nein, der Tobi hat mich umgebracht durch ne Traitor-Falle. Nee, der hat auch nicht was geschossen, ist einfach gestorben. Ich hab's gesehen. Nee, bla, alter. Gut, dass ich mich gar nicht mehr bewegen soll, ey. Echt, muss ich mir angucken. Ja, geil. Alter, wie die grad in den Zaun geflogen sind. Ich hab in dem Moment genau dagegen geguckt, einfach so. Einfach so, bap. Alter, hier ist ein Generator, ich bin weg. Muss das gehen. Explodiert der? Explodiert der? Weiß ich wie, das hört sich nicht mehr an. Ja, ich glaube ja, ein Generator oder ich weiß nicht, ob das bei allen geht. Aber bei allen ging's. So, Leute. Okay, wieder alle Fässer kaputt machen, Leute. Neue Runde. Neue Spiel. Ich bring euch alle um. Pan, warum stehst du da so rum? Warum stehst du da so rum, Pan? Musst du aufpassen, Pan. Ja, ich steh hier erstmal nirgendswo. In der Mitte ist aber auch so ne fette Traitor-Falle, ne? Ich bin verarschen, du lügst. Doch, ist wirklich so, fragst du den Erik hast du doch vorhin ausgelöst. Ja, in der Mitte ist auch ne fette Traitor-Falle. Raketen oder irgendwas. Keine Ahnung. Fässer kaputt machen, Leute. Boah, Alter. Das klingt wie Silvester so'n bisschen. Aber ich finde, durch das Fässer kaputt machen hat's auch so'n bisschen Kriegsatmosphäre, ne? Wenn Überweis explodiert und so. Ja, das stimmt. Ich finde das auch schön. Hat viel Heimliches. Das stimmt. Das wollte ich damit sagen. Vorsicht, Vorsicht, Pan. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja. So, ich wollte nur an dir... Okay, Erik, welcher Generator ist ne Falle? Äh... Äh... Wahrscheinlich beide. Beide, okay. Also ich würde von beiden einfach wegbleiben. Okay. Ah, Officer. Ich bin in meiner Toilette. Ah. Was? Was? Buhh, Buhh, Buhh. Was? 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 Was ist denn mit dem Tobi los? Was ist denn mit dem Tobi los? Ich hab ne Dishko gefunden. Aber Dishko machen wir... Der hier auch, oder was? Äh... Ich weiß es nicht. Wie viel gibt es denn, Leute? Dishko. Okay, da ist noch ein Fass. Nice. Hm. Bam. Huh. Hä? Ähm. Ich bin ein Klopapier. Was machst du da, Pan? Ich bin ein Klopapier. Darf ich mal abwischen? Was? Was denn? Was denn? Was denn? Was denn jetzt los, Alter? Hallo, wenn man hier ein Klopapier-Cosplay macht, dann kann man das auch mal verwenden. Klopapier-Cosplay? Was wär alles da? Ja, komm. Curry. Was denn, Tobi, Alter? Das war sehr schlecht, Curry. Ach, Tobi, komm. Das war schlecht. Tobi, warte mal, Alter! Mann, Tobi! Mann, Tobi! Was denn jetzt los, Curry? Was denn jetzt los, Curry? Was denn jetzt los, Curry? Weil das die schnellste Methode war, ey. Das war nicht gut, Curry. Halt die Schnauze. Ah, wurdest du auch umgebracht? Ja. Und das mit deinem Klopapier-Cosplay. Krieg dich noch, Tobi. Krieg dich noch, Tobi. Krieg dich noch, ey. Auf der ewigen Klopapier-Cosplay. Auf der ewigen Klopapier-Cosplay. Auf der ewigen Klopapier-Cosplay. Weißt du, kommt wieder mit seiner Scheiß-Säge, Alter. Hä? Wer hat denn da voll Loob nicht grad die Baby-Gerl geschwissen? Das Heidi-Gebiet. Mann, 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 ey. Okay. Holy Baby, oh. Scheppupi, Alter. Scheppupi. Huch, hallo? Nein, ich bin nur kotzen. Ich spreng mich jetzt in die Luft. Was reicht mir jetzt? Ich hab keine Waffe. Okay, doch nicht. Holy Baby. Wir sind. Ich bin auch. Zack. Kann man bitte jemand, ich will mal was ausprobieren. Zack. Warte, mach mal noch nicht alle Dinger hier, alle, äh. Nee, Pan, lass uns. Ich mach Fässer kaputt. Nein, nein, nein. Okay, die Falle. Die Falle wurde ausgelöst. Hey, wer war das denn? Das war Tobi. Nee, Mann. Tobi ist da hinten. Also Pan und Tobi waren in der Nähe. Ich mach Fässer kaputt. Tobi ist es. Nein. Ja, ich bin. Tobi ist es. Ja, komm, schieß mich ab. Schieß mich auf, du Opfer. Ach, ey, das gibt's nicht. Ich bin immer falsch. Ja, weil du es bist, Mann. Ja, weil ich es bin, genau. Ja, ich hab Tobi gekillt. Mann, ey. Ey, da. Oh, ich wollt schon sagen, Alter. Ohne Witz, ey. Hä? Ich war hundertprozentig davon ausgegangen, dass der Tobi das war, ne? Weil der war da gerade in die Ecke und hat da hingeschaut, genau in dem Moment. Mann, oh. Warum muss ich mal falsch liegen, ey? Das geht mir voll auf den Sack. Sag mal, Mann, hast du mich anders schossen oder was? Hä? Nein, du, hier, hä? Ich hab dich erschossen. Der Curry, nee, der Curry ja zuerst Tobi erschossen, dann einfach mich, einfach so auf Verdacht oder was? Hä? Nein, weil du nur noch in Frage kamst. Ja klar, ja klar auf Verdacht. Wieso kam ich in Frage? Weil Pan, weil Pan in dem Moment, weil Pan diejenige war, auf der die Falle ausgelöst wurde. Hä? Stimmt doch gar nicht. Natürlich, sie war doch da in der Mittelstand angelaufen. Doch. Durch Zufall. Das mag ich. Genau. Aber, aber warum küsst du mir denn einfach mich? Ja, ja. Ja, weil, guck mal, weil ich dann in dem Moment zu dir rübergeguckt habe, du hast genau da hingeschaut. Hier auf Verdacht. Hä? Curry macht wieder Verdacht. Ich glaube Curry ist es. Ich glaube Curry ist es. Ich mache das nicht. Ich glaube Curry ist es. Hör auf, du weißt, dass sie in die Kommentare... Ich habe mich umgebracht. Ah! Das war das nicht. Das war das nicht. Irgendwann hat aufs Fass geflogen und Curry ist weggeflogen. Wo ist der denn hier geflogen, Alter? Ah ja. Curry, das war ich nicht. What the hell? Okay, er hat wieder angekündigt. Nee, 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 nee. Ich habe nicht auf das Fass geschossen. Hast du Curry in Ruhe? Alter, Curry ist in Ruhe. Ich scheiße. Ernsthaft, bist du tot? Ja. Ja. Halla. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Was? Was? Was denn? Also wer auch immer das war, ist ein ganz herzloser Bastard. Was denn? Hä, was? Was hast du gesehen, was wir nicht gesehen haben, Erik? Halla, Curry ist weggeflogen. Wo war's, Mann? Und jetzt... Oh, oh. Hör auf auf mich zu ziehen, bitte. Ich schütze mich. Ich schütze mich gerade einfach nur. Boah. Alter. Pan? Hast du Lust auf den Tisch, oder was? Ja, ja. Ey, Pan, was machst du da? Ah, 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 ah. Pan hat einen Babygun. Hab ich nicht, Mann! Das war ein Scherp. Das ist doch denn hier, Mann! Ich bin doch nicht blöd! Das war keine... Das ist keine Babygun. Ja, jetzt hast du schnell gewechselt, Mann. Ich dachte, war witzig verarschend. Ne, du mich? Ja, eigentlich schon, aber trotzdem. Pan, was ist hier los? Ich weiß es nicht, ich bin total unschuldig. Ja. Also wirklich, ich bin sehr unschuldig. Ich bin total unschuldig. Pan, ich bin total unschuldig. Mein Name ist Pan Doria, ich bin 53 Jahre, ich bin total unschuldig. Ich bin wirklich 53. Echt? Warum verrätst du das? Entschuldigung. Okay, Pan ist mega verdächtig. Ja. Ne, was war das gerade? Alter, hier hat jemand auf mich geschossen. Pan, willst du mich verarschen? Wollt ihr mich verarschen, ihr weint? Alter, hier ist gerade so eine Sawblade geflogen. Ja. Ich hau an. Und das war ich natürlich nicht, weil ich stehe hier die ganze Zeit. Also, viel Spaß mit Thomas. Ich habe das genau gesehen, das ist hinter meinem Rücken geflogen. Viel Spaß mit Thomas. Ich dachte, er hat mich dann fast vorbeigelaufen. Wieso, wir haben uns doch gar nicht gesehen. Da muss ich mal essen. Da muss ich mal essen. Da muss ich mal essen. Puppi, wenn du's bist, dann bin ich menschlich so enttäuscht von dir. Warum? Ich find's nicht, aber warum? Aus Prinzip, aber... Nur wegen Curry? Ernsthaft? Ne, auch so. Weißt du nicht, was Curry immer für ein Arsch war? Ja gut, das stimmt schon. Ja, ist so. Ist schon einfach so, Alter. Pan? Ja. Okay. Huch. Ich will nur sicher gehen, dass es dir gut geht, denn... Regelt das mal unter euch. Regelt das mal unter euch. Ich kämpfe wieder gegen den Gewinner. Oh, voll entweder. Also abgut. Dreimal Last Man Standing gewesen. Also, ja, und Standing in dem Fall. Und weißt du, gleich wieder hier, ne? Ja, ja. Was ist die Pan denn? Die versteckt sich irgendwie, kann das sein? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Bisschen schäbig. Sich zu verstecken ist ein bisschen schäbig. Hä? Wo sind die überhaupt? Beide? Ich bin hier, in der Mitte gerade. Warte mal. Achso, was denn? Ich mach die mit meiner Aufnahme nicht, oder hab ich die gerade nicht unterbrochen? Wie, wie viele Minuten nehmen wir gerade auf? 24. Oh, bei mir sind 53. Ich hab wahrscheinlich gerade vergessen. Ja, ich glaube, du hast mich unterbrochen. Nee, dann lass doch laufen und ich schneide das nachher. Nein, nein, ja. Ich muss gerade gucken, welche Folge hängt die jetzt hier mit. Okay, sag mal kurz Bescheid, ob du Traitor bist, weil da musst du aufpassen auf Tobi, wenn der Traitor ist. Ich bin innocent. Klar. Ja, ich bin innocent. Als ob. Ihr beide müsst das jetzt unter euch ausmachen. Wie laut diese Generatoren immer sind, ne? Ja. Ja. Wie sie sich gerade gegenseitig trauen, das ist so süß. Ah. So cute. This is so nice. This is so unbelievable. Ich trinke gleich ein Tee mit Milch. Milch? So, Tee mit Milch trinkt aber, äh, trinkt aber echt ganz gut. Schmeckt aber echt ganz gut. Milch, Tee, la, 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 la. Thomas? Oh, nö. Is that a traitor? Och, nö. Och, Tobi. Ja. Thomas, why? Ich wusste, dass du es nicht bist. Scheiße. Okay, Tobi. Hm? Was ist los? Was geht ab, Pandoria? Zwei Minuten sechzehn hast du noch. Ich glaube, du wirst gleich sterben, weil, äh. Wie zum Teufel. Ich hör nur, dass... Oh. Das macht so Spaß, ne? Ich hätt's wissen müssen, ich hätt's wissen müssen, als ich Sawblade gesehen hab, hätt ich gleich Tobi wegschießen müssen, eigentlich. Ja, weil er benutzt das immer. Da hab ich mich auch gefragt, ne, was ist da passiert, ne? Dann wärst du aber ein Dingens, ne? Dann wärst du so ein ekelhafter Random Killer wie Curry. Jaja, aber ich hätt ja mit begründetem Fakt, weil Tobi mit der Sawblade gerne hantiert und die Paaren immer mit der Babygun. Nein, ich hab die schon, ich hab die schon ewig lange nicht mehr benutzt. Ja, aber das Klischee, das Klischee haftet dir einfach an. Du bist ne Frau und deswegen Babygun, verstehst du? Genau, natürlich, natürlich. Wie nennen sie auch die Uteruskanone. Achso, ja, entschuldigung. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, die Map ist immer ganz cool, finde ich. Die ist schon, ne? Die macht mal dieses schön kleines. Ja, genau, genau. Die macht schon, die macht schon eine hotte Hü. Muss man, na, 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 na. So, nächste Folge, Rave Club. Geil. Ich bin gespannt. Bin ich gespannt, alle. Aber ich bin mal Curry-Toten. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschau mit. Tschau. 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 Tschau.